Hey Rubex hier zu einem neuen Projekt, welches wir heute OAKK. Mit dabei ist der Patrick, der Luka, der ist voll der Bob. Und wo ist sie? Sag den Baum. Karin, genau. Karin ist auch noch dabei, aber Leon und der gute Hü. Der Cop Hü, ja, der stoßen dann in den nächsten Folgen dazu. Genau, die kommen dann nachher, weil ich muss bald, ich muss früher ins Betty Betty gehen und deswegen sind wir jetzt zu viert, aber normalerweise sind wir zu sechst. Was? Dass man kacken kann? Nein, ich habe irgendwer von euch ja schon wieder seine Fäkalien auf mich geworfen. Ja, das war Patrick, oder Luca? Ja, nee. Luca ist auf jeden Fall Bob und Patrick ist Patty und ich bin der Hubex, heißt ich, habe ich mich benannt. Ich weiß nicht, wie sich Kahn benannt hat und wir haben halt natürlich null Ahnung vor dem ganzen Gedudel hier. Ja, vielleicht, ja, ihr habt euch natürlich schon informiert, so ein bisschen, obwohl ich gedacht habe, wir gehen komplett blind rein, aber gut. Wir haben das irgendwie zusammen, Luca hat einen Server zusammengestellt für uns und wir haben dann quasi dann gekauft und ja. Und jetzt müssen wir irgendwie mal starten, ich habe keine Ahnung, ich weiß, dass man Bäume schlägen kann im Moment, aber ja, das war es dann auch. Und ich weiß, dass man die Dinos nicht einfach so schlagen sollte. Das habe ich noch als Tipp bekommen, also... Äh, Hedge, äh, Pickaxe und Torch habe ich schon. Also wir werden es generell zu sechst, ähm, hier aufnehmen. Je nachdem gibt es mal hier und da mal eine Varianz, aber wir wollten heute am ersten Aufnahmetag mal alle sechst sein und dann wird das eh variieren. Weil im Moment schläft Leon noch, also eigentlich nicht, aber... Echt? Ich bräuchte da mal ein Feuer. Echt? Soll ich ins Baum? Wieso nehme ich Schaden, wenn ich den Baum schlage? Ja, Alex. Schon mal ein Baum geschlagen? Klag mal mit der bloßen Hand gegen den Baum. Ja, ist ein Spiel. Ja, ich schlag gerne gegen Bäume. Wie macht man eine Spitzhacke? Ich habe gepupft. Wie macht man alles? Ich habe keine Ahnung. Wie craftet man hier was? Ihr wisst es ja anscheinend schon. Jetzt ist das nicht schwer rauszufinden. Dann klicke ich aufs Holz oder was? Herstellbares. Okay. Stein. Wie bekommt man einen Stein? Liegen die Steine rum? Okay. Wie schauen die aus? Ah, hier. Rund. Ja, im Spiel. Keine Ahnung. Weil in Forest gibt es ja auch nur bestimmte Steine, die man aufnimmt. Man kann das mal nicht. Ich bräuchte wirklich mal mehr zu essen. Boah, Luca, wieso hast du kein Fahnenkreuz angestellt? Jetzt kann ich die Items nicht mehr anweseln. Ich habe das angestellt. Ich habe auch keins. Du hast nicht mehr Problem. Habt ihr Fahnenkreuze? Nein. Ja, eben. Mann. Jetzt kann ich die ganze Sache nicht anweseln. Ja, als ob du das nicht abschätzen kannst. Nee, kann ich nicht. Ich habe jetzt einen Stein gefunden, obwohl hier überall Steine liegen am Strand. Ich kann den nicht aufheben. Ja, und ich bin gerade am suchen für die Bären, dass ich nicht verhoben bin. Ja, ich brauche jetzt erstmal eh einen. Du hattest aber auch Fleisch, oder? Ich mache gleich ein Lagerfeuer. Ihr habt schon Fleisch? What the fuck? Ja, ich habe auch schon Fleisch. Ja, du standst bis jetzt auch nur auf dem Stein rum, während die anderen gekommen sind. Weil wir alles in der Aufnahme machen wollen. Hm, vielleicht. Ja, und dann. Na, ich gebe mal ein bisschen. Ja, der hat leveled 20, mit denen ich mich jetzt mal nicht an. Alter, man kann hier scheiße viel levelen, her. What the fuck? Ja. Ich will Steinbromodin für den Lagerfeuer. Geht. 16. Ich bin gerade jetzt schon ein bisschen überfordert. Du verhungerst, alter Korn. Hunger. Genau, Essen. Was kann man hier essen? Ist die nächste Frage. Bärenfleisch. Ja, wo finde ich die? Wo, wie kann ich? Was ist das so nennen? Die Bären findest du, wenn du zu den Sträuchern gehst. Und auf E drückst. Ah, Mecho-Bäre. Und sammelst du die ganzen Bären. Ich bin ein Bär. Okay. Hey, habt ihr jetzt wieder Kahn eingeladen? Ja, ich glaube, das... Ich versuche erstmal... MTS wieder auf den Link drücken. Ja, ich... Aber ich glaube, dann schläge ich halt direkt wieder raus. Also ich... Naja, keine Ahnung, warum du rausfliegst, ganz ehrlich. Du brauchst Wasser. Ich stehe vor dem Wasser. Man. Ja, du musst dich reinstellen. Komplett. Nein, nicht komplett. Wie ess ich? Ah, da musst du das Item mit die Leiste runterlegen. Und dann kannst du den Knopf drücken. Oder beim Inventar. Okay. Wenn du draufklickst, auf benutzen. Ah, ich schon. Okay. Ah, ja, da unten rechts ist auch... Ah, ich nehme mir so viel Schaden gerade vom... Weil ich hungrig bin. Okay. Ja, ich bin glaube ich dann gleich tot. Wo seid ihr denn? Kann man jede Bäre essen? Ja, du kannst jede Bäre essen. Die geben verschieden vieler... Verschieden viel Hunger zurück. Was, Dino-Brille-Skin? What the fuck? Lass mal irgendwo hingehen. Das kann ich damit machen. Also in Dino kann ich ne Brille geben. What the fuck? Was ist denn das? Was macht Sinn? Vielleicht zieht er dich dann. Ja, Alex, dann lad doch mal zum Ding jetzt ein. Zum Tribe. Falls wir ja deinen eigenen haben. Ja, ich weiß nicht, ob wir einen machen oder zwei. Wieso zwei? Ja, keine Ahnung. Alex, ein Stamm, wo wir alle drin sind. Also dann sehen wir uns oder was? Ja. Ihr müsst die Leute halt mal sehen. Ich hab keine Ahnung, wo ihr seid, oder? Bleib mal stehen. Ich bin nicht den gerade mitten im Wald. Ja, und Kahn ist nicht am Server, oder? Ich probiere es jetzt nochmal. Also ich hab jetzt mal geguckt, aber bei mir ist angeblich alles auf dem neuesten Stand. Also falls irgendwas nicht stimmt, kann ich auch nicht sagen. Genau. Müsste eigentlich alles gehen. Soweit. Ich renne jetzt einfach über den Boden und druck eh, weil ich hab keine Ahnung, was ein Stein hier ist und was nicht. Egal. Ich hab jetzt ein paar Steine. Hm. Lol, ich sterbe? Ja, du bist aber angegriffen. Oh fuck. Ich wurde angegriffen. Und pullst du auch gleich einen Viech. Ich hab ein verdorbenes Flash gefunden. Flash. Ich war nur am Strand, Luca. Und dann wurde ich von dem Raptor Level 15 erstellt. Muss ich mir jetzt echt den neuen Charakter wieder stellen? Ja, aber ich glaub, du kannst dich speichern und dann jedes Mal einfach wieder direkt den gleichen nehmen. Andererseits, es ist mir leid, aber dein Charakter sah jetzt auch nicht so aus, als ob du da besonders viel dran getan hättest. Ne, eh nicht, aber trotzdem. Und er war mit dem Standardcharakter. Hm, tu ich auch. Wo seid ihr denn hin? Das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt sterbe, hab ich noch nichts mehr im Winter. Ne, du kannst zu deiner Leiche zurückgehen und deine Leiche luchen. Warte, ich komm kurz zu dir rüber. Ist gerade bei euch Nacht? Ja. 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 Okay. Level 24 hat Dodo? Gibt's ne Map? Ja. Ja, gibt's. Ich hab keine Ahnung, wo ihr seid jetzt noch. Ja, am Strand. Ja, ich bin auch auf nem Strand, aber ich hab keine Ahnung, welche Richtung. Ihr seht keinen Strahl, ne? Aha. Das ist ja schön. Ey, Leute, wo seid ihr? Ich war Hunger. Am Strand, aber ihr seid ja immer weggelogt. Ja, ich bin auch auf dem Strand. Wo ich bin, ich bin auch irgendwo an nem Strand. Ah, ich hab keine Ahnung. Wer bist du? Ich bin ich. Also ich bin komplett verwirrt. Ey, könnt ihr mir mal irgendwie Fleisch geben oder so? Weil ich bin hart am Funger. Äh, wie mach ich das denn an? Da kannst du Fleisch reinlegen. Äh, ich hab aber kein Fleisch. Ne, Patek hatte. Ähm. Ich hab echt keine Ahnung, wo ihr seid, ne? Fuck. Der Rick halt gerade. Weil ich kein... Essen habe. Wird ja auch was killen, aber halt gerade nichts außer dieser Riesen-Dino. Wenn ich mich auf der Map sehen würde, ne? Okay, ich werde schon wieder angegriffen. Ich bin schon wieder... Von was denn? Von nem Skarko. Ohne wirklich. Soll ich mich halt den Krokodil. Äh, Dodos sind halt tagaktiv. Werde ich jetzt verhungert. Leute, wieso war ich denn in Süd? What the fuck? Ja, weil du da anscheinend gespawnt bist. Oh nein. Wie kann ich hier jetzt was reinlegen? Äh, öffnen und E drücken und... Und ich muss immer wieder Hubex drücken. Ja, da kann ich von Frage von das Inventar öffnen. Ja, dann ziehst du da rein. Ich will das nicht tun. Ich will das nicht tun, okay? Das bereitet mir weniger Freude als dir. Fuck, wo ist die Leiche von dem Dodo hin? Wie lange braucht denn das dann? Hm. Genau. Einfach warten. Wie lang? Wie lang ist diese Animation jedes Mal beim Aufwachen? Kann man da nicht überspringen? Ewig lang. Alter, bei mir leuchtet alles in der Umgebung. Melcher Dodo, Herzchen. Äh, ich bin schuldig, ich bin... Aha. Warum auch immer ich die Schwestbeine gebrochen hab? Ich renne mal in die andere Richtung. Ich hab keine Ahnung. Okay, also ich glaube, die Grafikkarte macht Ark nicht mit. Auf den niedrigsten. Ja, Ark ist halt böse. Dann, äh... Wenn du alles komplett runtergestellt hast, kannst du noch den... Es gibt noch einen Modus bei Steam, oder? Nein, du kannst den Auflösungs-Slider einfach weiter nach links ziehen. Mein erster Slider oben links. Oh, du bist gestorben. Hey! Alter! Wo seid ihr denn? Na, wir sind tot. An allerlei ist es halt halt mal zum Ding ins ein. Was? Einladen? Ah, klasse. Tribe einladen. Ja, wie denn? Ich muss doch euch gegenüberstehen. Nein. Ich weiß nicht mal, wo ihr seid. Ich finde euch ja nicht. Und ich hab keine Ahnung, wo ich bei der Map bin. Ich werde ja nicht angezeigt. Das ist irgendwas. Macht keinen Sinn. Da ist ein T-Rex am Strand. Ah, da ist ein Ding. Fällt mir nicht. Das macht übrigens gar keinen Sinn. T-Rex, sie sind nicht an den Strand gekommen. Die hätten da nichts zu... Da stehen drei auf einem Stück. Was? Das sind außerdem keine Rudeltiere. Ah, ich bin schon tot. Das ist auch noch ein Raptor. Ich bin neben unserem Lagerfeuer wieder gespawnt. Ah ja, genau. Ein Raptor und ein T-Rex nebeneinander. Ich bin mir sicher. Nee, der Raptor ist im Wasser, aber so mit kleinen Felsen. Ah ja, natürlich. Ja, ich muss jetzt mal wieder rüberlaufen. Geil. Ich werde hier unten erst mal belagert von zwei Raubsaurier. Los. Bob. Das wäre nicht ein Rudelklapp. Ja, später. Ich bin schon wieder blind. Hey, wieso ist mein Stamm schon wieder weg? Da hast du nie einen gemacht. Doch, ich hatte dich hier eingeladen. Nee, nee. Du hast mich nicht eingeladen. Oh doch. Du warst sogar beigetreten. Nein. Wurde von einem Raptor gekillt. Das ist ja... Ja komm, fress mich. Geht schon. Come on. Alter. What the fuck? Warum spawnst du mich jedes Mal in der Südzone? Alter. Du kannst das auswählen. Tu ich ja doch. Wo seid ihr denn gerade? Wo seid ihr? Ich bin da, wo wir gerade waren. Ich bin gerade wieder bei unserem Lagerfeuer. Also wieder bei Nordzone. Ich laufe mal weg. Lauf mal weg. Patrick. Was denn? Da sind gerade drei T-Rex im Wasser. Die haben ich getötet. Ja, dann... Von arg überlebenden herunterladen. What the fuck ist das? Solche Materialien alle mitnehmen? Ja. Pole, Holz. Ja. Seht ihr... Ich bin jetzt wieder Nord 1 hoffentlich. Seht ihr... Einen Beam. Ja. Laufen wir Richtung Beam. Es gibt mehrere, Alex. Einen weißen Beam. Ah, ich sehe einen. Weißen und nur rötlichen, glaube ich. Ich sehe einen. So, ich gehe mal ein paar Dudos umlegen. Alter, ja, hi. Seid alle Pflanzen. Lass mal weiter in die Richtung hier laufen, Alex. Wo bist du hin? Ja. Ach, hier. Ey, was heißt das, wenn man so ein Herzchen über dem Dinosaurier stehen hat? Ich glaube, das ist ein Rollig. Entschuldigung. Ja, Kahn, du kannst zwei Dinos zum Ficken versklagen. Wie klemmt man die? Das ist eine gute Frage. Du würdest so gerne so richtig viele Dodos haben, so 50 Stück auf einmal, einfach mit denen du musst die bewusstlos schlagen und dann füttern. Ernsthaft? Ja. Ja. Das ist... Das ist voll das Stockholm-Syndrom, Mann. Oh mein Gott, hier ist ein männlicher, der Rollig. Luca, ich habe dich verloren, ich finde ich nicht. Alex, ich bin einfach weitergelaufen, du stehst direkt neben mir. Ich sehe dich nicht, es ist finster. Du stehst direkt neben mir. Ach, du bist so schwarz, ich habe dich nicht gesehen. So, ich lade dich zum Schwerbein. Ich habe dich eingeladen, nehme an. Nein. Nein, 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 nein. Ich hätte mich vermutlich nicht woanders als ihr Spahn sein. Ich weiß nicht, wie das geht. Nein, Mann, Mann. Alter, der soll sich mal pissen. Ja, wie? Wo bist du hin? Sehe ich nicht. Sehe neben mir, irgendwo im Wald. Sehe ich nicht. Alter, Alex. Ich sehe dich nicht. Ich gehe vor dir. Ja, jetzt sehe ich es genau. Hier sind so viele Dodos, die sind so... Ich sehe im Finsteren halt nichts. Ja, dann kommen deine Augen auf. Es ist finster, es ist komplett schwarz. Ich sehe halt nichts. Deine Augen auf. Ich sehe zwei Meter weit, Luca. Hier ist eine Wand. Mein Gott, ähm... Keine Wand, da ist ein Stein. Ja, du bist viel zu klein. Warum greifst du mich an? Warum greifst du mich an, Mann? Du bist fünfmal so... Ich bin fünfmal größer als du. Geh weg! Und das ist auch noch rollig. Oh mein Gott, oh mein Gott, sie sind zu sipp. Sie sind zu sipp. Oh Gott, das ist wie die Anfangsszene von Jurassic Park. Ich bin erschöpft. Was, du bist tot? Nein, ich bin leicht tot. Leute, wer von euch hat Jurassic Park 3 geguckt? Ich nicht. Nee. Ah! Bann außen. Weil ich werde gerade von ungefähr fünf kleinen Minidinos zerfleischt. Ich habe Jurassic Park noch nie gesehen. Nee! Ich habe schon wieder der behinderte Vogel. Der war scheiße. Mann, jetzt verpiss dich mal! Ich bin auf einer Brandung. Alter, was hieß das für ein Scheißvieh? Ich habe das Gefühl, ich gehe ne... Ich bin auf irgendeiner Brandung. Alex, das ist ein Stein. Ja. Ich bin genau bei uns in einem alten Lager vorher gespawnt. Na geil. Passt dann doch. Sieht man das auf der Map? Nö. Mann, ich versuch die ganze Zeit irgendwie... Achso, ja. Wir rennen in die falsche Richtung, Loka. Okay, wisst ihr was? Wo bist du überhaupt? Nee, du Stein. Warum bist du jetzt runtergesprungen? Alter, komm! Ich sehe nichts. Perpiss dich, du scheiß Raptor! Und wieso kommst du doch, dass wir in die falsche Richtung laufen? Oh Mann! Weil meine Map sich in die andere Richtung verweitert hat. Ich habe eben nur zwei gespawnt, weil ich keinen Bock hatte, bei den Tyrannosaurus Rex zu landen. Aber ich bereue es jetzt, weil ich habe keine Ahnung, wo ihr seid. Ich habe irgendwas beim Herz. Oder beim Magen. Oh Mann, die Todes sind so süß. Hört ihr die Geräusche, die die machen? Nope. Ich weiß nicht, ob ich verhungere, aber ich werde diese Dietnis... Ja, ich verhung ja jetzt. Genau. Halt jetzt einfach irgendein richtig krasses Tier an und dann sagt immer mal, ihr seid immer noch bei Nord 1, ja? Ja, ich stelle jetzt hier gleich, ich gehe mich jetzt umbringen. Ja, ich gehe mich jetzt auch umbringen. Deswegen, also Nord 1 wieder. Sicher, dass wir das noch machen? Ja, komm. Die Nacht dauert ja ewig lange. Wollt ihr mich komplett verarschen? Au, jemand, mal keine. Und sich irgendwie umbringen. Ich bring mich mal um. Ich bek... Nee. Nee. Ja, okay. Jetzt will ich einmal sterben und das ist einfach kein Dino. Ich ertränke mich mal. Ich sehe was. Aber das ist ein Pflanzenfraß. Ja, ertrinken wird. Ertrinken ist lustig, ja. Ja, aber das ist so ein... Boah, das ist so ein Bastardtod. Weißt du, ich sterbe lieber irgendwie so ehrenvoll im Kampf, als einfach so voll die Pusse zu... Boah, jetzt war ein Gegner. Boah, du erstickst. Holle sofort Luft. In einem männlichen Ovi. Das braucht halt ewig zu ersticken. Ich bin auch gerade im Wasser. Das ist ja voll langweilig. Fight me. Nee. Das hört sich voll eklig an. Aber ich glaube, das dürfte nicht lange dauern. Fight me, mate. Oh, ja. Oder du schimpfst einfach ein bisschen raus, sonst was anlässlich von einem Fisch... ...ääh... ...äähm Hai töten. Ja, ich sehe ja nix. Also Nordzone 1, da bist du auch gerade, ne? Ich sehe nachts halt nix, Loke, weil es halt stockfinster ist. Ja, hast du den Monitor komplett scheiße eingestellt? Alex? Mama. Ja? Alex, Nordzone 1, ja? Ja. Okay. Ich bin gerade dabei, dass ich irgendwie zu den alten Rucksäcken komme. Oh, ja, ich muss den Hintern, ich will da hin. Ja, ich... Oh, Alex, denkst du denn jetzt, dass die Zeit sich ändert, wenn du dich umbringst? Das ist echt tot. So funktioniert die Zeit nicht. Die Zeit juckt das nicht, ob du stirbst oder nicht. Wollen wir uns bei dem riesigen pinken Strahl da treffen? Ich sehe gar keine Strahle gerade. Ich bin zwischen vier Strahle... Ah, du meinst den, der so richtig abgeht, der weiß ist? Ja, genau. Der ist unten pink. Ja, wir sind wieder da. Servus abgeschmiert. Hast du unter dem? Ja, du wirst du mal aufnehmen, dann auch du hier nimmst schon drei Minuten auf. Ja, ja, ich... Das ist noch immer die erste Folge bei mir, also von dem her. Ja, bei mir, ja. Gut. Ich bin jetzt schon angepisst. Ich bin in der Bucht. Ach, da, ja. What, Alex? Da ist irgendwas, was mich, glaube ich, töten möchte. Also, das wird füchig, sag ich, aber... Ja, da ist irgendwas mit, mit, mit komischen... ...der sich so aufbläht wie ein Hähnchen. Aufbläht wie ein Hähnchen, was? Ja, so ein Raptor, der sich so aufbläht wie ein Hähnchen, das will mich töten. Was meinst du mit Hähnchen? Was ist denn das Fliegevieche geflogen? Ja, das ist halt so ein... so ein... so ein... so ein Blasesack. Keine Ahnung. Das ist ein Gift, Saurier. Ich würde... Ja, ja, der will mich töten. Ich bin in einer Bucht. Ich sehe dich. Oh Gott, der verfolgt mich durchs Wasser. Ich sehe dich, Alex. Ja, ich muss gleich... renn weg. Ankeee. Ja, Alex ist halt hier neben mir gespawnt. Renn weg, Luca. Nö. So, wo seid jetzt der West 1? Ja. Also, ich bin jetzt... Alter, was sind wir denn überall hier sicher? Wir können hier nicht stehen werden. Auf der Steinmauer drauf. Also, ich laufe jetzt diese Steinwand hier. Ich spawne und bin tot. Ja, so geht's mir auch gerade. Welche Steinwand? In die, in der du vorbeigelaufen bist. Welche Steinwand? Ah, hier. Ja, es ist eine riesige... Ja, davon habe ich ja gerade eben geredet. Ja, genau. Deswegen bin ich da hingegangen, weil du meinst, du willst hier hoch. Erst gehe ich hier mal... Ja, dann fahre ich aber schon wieder weg. Ich gehe sofort hoch. Ich habe noch keinen... Keinen... Okay. Dingens. Also, es wird mal eine sehr interessante Aussicht von Patrick und mir sein. Wir sind da und tot. So wie jeder. Also, wenn wir schon überhaupt mal überleben könnten, das wäre schon mal super. Wo seid ihr? Achso, da oben. Ja. Juhu. Läuft ihr gerade aus, oder? Ich habe keine Ahnung, wo die anderen beiden sind. Ich weiß gerade... Ich habe Luca gerade gesehen, aber ich sehe ihn jetzt nicht mehr. Du bist gerade direkt hinter mir. Hä? Ich will mir mal halbwegs beschreiben, wo ihr seid. Einwand obendrauf. Ja, ich glaube... Hier ist aber auch ein Raubsaurier. Ist auch ein Raubsaurier. Ich wurde vergiftet. Ich bin tot. Ich sehe da jetzt aber oben, wo einer gerade. Ja, ich schreie. Ich werde gefressen. Ich bin tot. Dann lauf halt nicht immer zu den Viechern hin, du Mama. Ich habe auch keins gesehen. Das ist einfach da gewesen. Ja, ich bin tot. Sorry. Ahaha. Was? Ahaha. Ich glaube, dann laufe ich jetzt erstmal nicht. Mann. Mann. Alter. Ja, komm mal, Alter, komm mal. Und tot. Alter, what the fuck. Mann, ohne Witz. Wie sollen wir überhaupt lang genug überleben, um eine Base zu bauen? Ja, wir machen ja nichts. Wir laufen ja nur kreuz und quer hin und her. Ja, wir müssen uns ja erstmal finden, oder? Mann. Nö. Beziehungsweise sollten wir auch mal. Ich glaube, die erste Folge bänden wir erst, wenn wir uns quasi gefunden haben. Ja, wir haben uns doch schon alle gefunden. Ihr habt keine Ahnung, wo ihr seid. Schammer nicht. Ihr habt immer noch keine scheiß Ahnung, wo ihr seid. Eben. Könnt ihr mal auf der Map gucken? Einfach original genau, wo ihr seid. Das sind ja Zahlen. Nein, das kann nicht sein. Ah, jetzt bin ich auf einmal auf der Map. Ich bin bei 60... Äh, zwischen 60 und 70 und 80 und 90. Wow. Also rechts und... Also rechts unten. Ja, da bin ich halt auch. Also links ist 60, 80 und unten ist 80, 90. Bei mir ist... Bei der... Also die unteren Zahlen sind bei mir auf 60, 70 und auf der linken Seite 80, 90. Ah, da bin ich genau andersrum als du. Ich bin hier wieder gespawnt. Ich bin... Äh... So 35, 80. Was nimmst du als erstes? 35 lang oder hoch? Ja, warum hat er gerade vom Strand weggelaufen? 35 lang oder hoch? Ja, warum rennst du weg von mir? Da hat gar nichts hinter dir. Weil mir soll ein scheiß Vieh nachrennen. Da war die ganze Zeit nichts hinter dir. Der Teppatik beschwert sich gar die ganze Zeit nur über Halluzinationen. Geht, da war nichts. Ja, der will eh nur vögeln. Aber das ist deiner. Was? Nein. Der will nur vögeln. Ich's noch so'n kleiner. Kann der mich nicht erschlagen am Fahrrad? Der ist doch einer am Strand. Wir sind doch schon. Irgendwann steht er am Strand still. Ja, den hab ich ja vorhin gesehen. Ah, ich will einfach nur ein St... Ah, wer hieß das? Boah, das ist deine Leiche. Das ist die Spielscheiße. WAH! Alta. Backbody. Ah, deine Leiche ist verpackt. West 1, ne? Rot hier. Alta. Wir können nicht mal zu viel überleben. Mal schauen, wie's dann zu sechst läuft. Ja, weil keiner anfängt zu spielen und alle nur sich suchen. Ja, eben. Was müssen wir da auch machen? Nee. Nee. Ich hab dir das denn beim letzten Mal... Oh mein Gott, da ist eine richtig große... Ähm. Wie hab dir das denn beim letzten Mal gemacht? Da hast du irgendwas gemacht... Wie war am letzten Mal? Da sind wir alle drei nebeneinander gespawnt. Ich? Ja. Ich bin einfach gespawnt. Ja, da sind wir auf einmal einst... Ja, das war, weil er das Serverhost war und du kannst einstellen, dass die anderen Spieler neben den Host spawnen. Ähm, nee. Nee, das konnte ich nicht einstellen. Beim privaten vielleicht, ja. Beim privaten kannst du es ankreuzen. Ich guck nochmal in die Einstellung. So, ich bin jetzt... Also zu Fels worden ist es geheißen, ne? Richtigkeits-Offset. Machen wir null. Oh, du siehst aus, als ob du mich gerade... Ja, du willst mich... Damage-Multiplikation. Ja, okay. Ich muss... Komma, zwei. Machen die gar kein Damage mehr. Okay, ich probiere es jetzt nochmal mit Südzone 1, ja? Südzone, wir sind Westzone 1. Oder? Ja, ich nehme schon an. Mein Name ist Patrick. So, ich sammle mal ein bisschen was. Er stannert. Ja, ich weiß auch nicht, wie das geht. Mann. Ah, okay. Also ich bin jetzt auf. West 1. Also ich bin jetzt bei 80, 90, 60, 70. Seid ihr da auch? Ich bin bei 80, 90, 30, 40. Wo? Was ist denn das passiert? Wo bist du? 30, 40. Hato, wo ist denn das zweite? 30, 40, wieso bist denn du da oben? Nee, nee, nee. Ich bin unten. 80, 90, 30, 40. Also links, rechts. Also quasi Höhe 80, 90 und Länge 30, 40. Er ist weg. Das ist völlig anders als ich bin. Es ist mal eine ziemlich großzügige Angabe. Es ist ja, das sind ja vier Quadrate. Nein, das ist eins. Also ich glaube, er hat gesagt erst. Zeichen genannt. Ja, weil dein Koordinatensystem da ist. Ja. Ich bin 80, 90. Na? Jetzt bin ich 70. Ich bin jetzt 70, 80, ne? Auf der Map. Bei M. Zwischen 70 und 80. Auf der LAT. Also vor der Höhe. Er sagt er 75. Und vor der Breite her, keine Ahnung, 32 oder 33. Irgend so was. Ja, da müssen wir nebeneinander stehen. Ja, ich bin auf dem, wo ich vorhin gestorben bin. Ich bin jetzt auf dem Felsvorsprung. Felsvorsprung oben? Ja. Ich bin da gerade auf dem Weg raus. Ich bin bei dem fetten Baum oben. Ja. Komm. Jetzt stehe ich auf dem Stein gleich. Und dann könnten wir hier oder so irgendwas ne Basis aufschlagen. Das ist schon wieder so ein scheiß Vieh. Ich wäre dafür, dass wir hier oben, ich sehe dich, dass wir hier auf dem Ding mal ne Basis aufschlagen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht zwar. Alex, zu dir kommen, Bienen geflogen oder solche Picher. Ist das gut oder schlecht? Ich nehme an, das ist schlecht. Oh Gott. Zu dir kommen. Ja, die kommen. Mann. Fuck off. Ich habe mich gerade eben schon getötet. Ja, jetzt kommen sie zu mir. Was sind das für Viecher? Alter. Fuck off. Können die sich nicht einfach verpissen? Ich bin tot. Dann macht euch halt mal Spera oder sonst irgendwas. Ich komme ja nicht mal dazu. Hey Patrick. Ey. Nicht schlagen. Bitte lasst mich in Ruhe. Ich bin einmal dabei zu überleben. Jetzt verpiss dich doch einfach. Kann er nicht mal ne Spitzhacke machen? Du ein Fleisch oder ein Pflanzenfresser. Du rennst schon viel zu schnell auf mich zu. Du bist ein bestimmten Fleischfresser. Ihr könnt mich looten. Ich hatte Holz dabei. Wo liegst denn du? Neben dem Baum, ne? Ich bin runtergefallen, die Klippe. Wow. Nach dem Tod, glaube ich. Könnt ihr mir nochmal eure, äh, eure, eure Ordinaten geben? 75, 30 ungefähr. Ähm. Ja, dann möchte ich irgendwas auf Bandszeug oder so machen. Hast du ein Stroh vielleicht? Musst du erst, äh, lernen wahrscheinlich. Hat da gerade jemand einen Baum gefällt? Ne. Vielleicht. Okay, dann. Ja, was Alex? Ja, dann halt. Ich hab gerade einen am Strand gefällt, ja. Dann weiß ich, wo du bist. Ja, ich bin gerade gespawnt wieder hier, ne? Auf Pantzettel, warte mal. Ich geh mal hier farmen, dass ich hier quasi irgendwie gleich im Wald mal was bauen kann. Alter, wieso verlegen wir so viel? Oh, Scheiß. Ich hab keine Ahnung, Leute. Leder Schlafsackers Einstiegspunkt. Das brauchen wir. Okay. Ja, das muss jeder selbst machen. Naja. Klar. Jeder seinen eigenen. Aber das brauchen wir auf jeden Fall. Ja, ich bin tot. Hier ist ein eigenes Wasser. Schlafsäckchen. Muss nicht jeder selber machen. Das reicht, wenn eins da ist und das dann jeder mal nimmt, glaub ich. Nee, kann keiner. Das gilt nur für dich selbst. Das schlafsäckchen. Dann ein Bett. Also ein Bett gilt nur für alle. Gibt's nicht. Müsste es aber. Das müssen wir wahrscheinlich erst dann lernen. Oder? Keine Ahnung. Hört ja eigentlich alle drei zusammen. Nee. Kann das sein, dass ich nur Spitzhacke und Fackel machen kann? Und sonst gar nichts. Nee, du kannst das alles andere erlernen. Und wie? Auf V? 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 Ah. Was ist mit V? Beziehungsweise. Und dann steht rechts. Da steht jemand am Strand. Und dann zeige Engramme. Da kriegst du rauf. Und da hast du oben deine Engrammpunkte. Na gut, das kann ich eh noch nicht machen, weil ich hier Level 1 bin. Wer steht denn da am Strand? Und wer kann ich sehen? Alex kann nicht reden. Ja, ich bin am Strand. Ich hab doch gesagt, ich bin am Strand. Und irgendwie ist jetzt die Kampfmusik wieder angegangen. Kann ich. What the fuck? Ah, egal. Ich kann bald. Nee. Metall. Einmal Metall. Zweimal Feuerstein. Geil, dass da einfach nur Metall steht. Alter, das regt mich ja schon auf. Alter, meine Spielzeug ist jetzt schon fast kaputt. Feuerstein, Stein. Alles klar. So wow ist da unser Felswand. Wo ist denn das? Fahrräger. Faser. Hä? Da ist er wer. Ja, Alex auch. Ich auch. Nachgruppe, oder? Ja, ich geh wieder zu meinem Rucksack rauf. Das ist ein Rucksack? Ja. Man kann einen Rucksack bauen. Patrick, wie gesagt, wenn du was rausfindest, bitte teils gern mit uns, weil wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Nee, aber ich habe schon ziemlich viele Sachen gehabt. Ich habe schon Fleisch gehabt. Und diesen Rucksack will ich wieder. Ach so. Oh mein Gott, töte mich bitte einfach, töte mich einfach, Digga. Ich bin sowieso schon tot, Mann. Naja, stimmt, wo ist überhaupt Kahn? Der war Level 67, also. Oh wow, ihr teilt, ihr teilt euch meine Leiche auf. Das ist ja schön. Ja, die haben dich halt gerne Kahn. Musst du halt als Ehre sehen. Du bist jetzt nochmal mit Westzone 1, ja? Ja. Ja. Sie sehen nicht doch weibliches Wesen? Ich habe gerade gut gegessen. Ich bin gleich Level 2. Irgendwo hier müsste meine... Ja, ihr seht klar, dass das scheiß Vieh ich meinen Beutel beschützt. Was auch sonst, ne? Doch kriegst du den aufs Maul. Was auch sonst. Ich glaube, die erste Folge wird mal über 40 Minuten einfach mal so, weil wir sowieso gestorben sind die ganze Zeit. Also... Alter! Ich kann es erstmal richtig hoffen, dass niemand dieses Video guckt, weil ich glaube, wir werden einfach die ganze Zeit ein Hate-Bug... Hm. Muss nicht. Aber wahrscheinlich. Jetzt beschreibt mir nochmal, bitte. Wie lerne ich denn jetzt was hier? Euer Ort ungefähr? Ich sehe hier die ganze Zeit so gefällte Palmen. Das heißt, ihr seid auf jeden Fall... Wie kann ich mich selbst verarzten? Wo seid ihr denn schon wieder hingelaufen? Ich bin noch immer am... Wo ich vorher am Strand war. Na gut, mal ein paar Tage... Das war ein Fehl. Ja, ich bin am Hügel heroben. Ich brauche noch... ...6 Holz für den... ...ahm von den, von den Pflanzen, die du verharvesten kannst, wo du die Beeren bekommst. Danke, dass du mir die geklaut hast. Achso, sorry. Ich habe nicht gewusst, dass du da neben mir bist. Leute, beschreib mal bitte in die Gegend. Wasser, Felsen, Strand. Aaaaaaalt. Aaaaaaalt. Wir sind am Strand, in der Bucht. Ich kann nicht den mal scheiß Fäuste auswählen. Meine Fresse. Wir sind in der Nähe von der Bucht, Kahn. Alp-Buchten. Weiß nicht, was ich mir... Nein, also... Ja, wo wir die ganze Zeit schon waren. Wo der dünne Strand ist, quasi, wo du die Gegenseite siehst auch. Sonst schau einfach auf die Map, wir sind eben bei... Ähm... 81... 32... oder so. Karin, Karin, Karin! Eben, ist die Map. Juhu! Juhu! Alter. Ja, ich würde nicht einfach immer ins Wasser springen hier. Dann ja. Ähm, Patrick, was hältst du, wenn wir generell, glaube ich, so ein bisschen... Erstmal die erste Folge dann beenden? Ja, hätte ich auch gesagt. Weil jetzt sind wir ja alle da. Erstmal. Ja, ja. Wir gehen gerade den Hügel rauf. Hier ist was Grünes, da gehe ich gerade rein. Wieso finde ich eigentlich kleiner? Supply Drop auch nix. Ist ein Advanced Supply. Harin, wo bist du jetzt hin? Okay, das bugt, nur da ist gar nix. Wieso nicht? Alex, das kannst du nicht machen. Ehm. Ja, eben. Ja. Das ist gar nix. Das ist nicht verbuggt. Ja. Sag ich doch, da ist nix. Da ist was. Ja, da ist jetzt nix. Das ist ein Supply Drop. Ja, schön für dich. Naja, gut. Ähm. Ja, wir beenden mal die erste Folge. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Und bis dorthin. Ah. Nicht töten. Spielt schon brav weiter. So. Ja.